Guten Morgen meine lieben Zuschauer, nochmals erneut, da es vorhin wohl einen kleinen Tonback gab, möchte ich Sie an dieser Stelle nochmals begrüßen zum heutigen JFD Rohstoff und die Wiesenradar. Wir wollen uns heute aufgrund des Tages mittwochs ja immer die US-Rohöl-Lagebestände mal wieder den Ölpreis WTI anschauen und zusätzlich hier den Counterpart als Währungspart der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar auch als Looney bekannt, um hier eben mal die tendenzielle Einschätzung vorzunehmen. Wir hatten unlängst den WTI-Ölpreis schon eingeschätzt, auch in der vergangenen Woche zum JFD-Devisenradar. Da ging es darum, dass praktisch hier dieser Fehlausbruch nach oben recovered werden könnte. Schauen Sie sich dazu am besten die früheren YouTube-Videos an oder gucken Sie auch da mal heute zum Beispiel am Nachmittag beim JFD-Devisenradar-Webinar vorbei. Weiter werden wir uns das auch noch mal anschauen. Grundsätzlich gab es eben hier den Ausbruch nach oben und sozusagen hier dann die Möglichkeit eines Pullbacks und das wurde auch vollzogen hier zur Unterstützungszone um 51,85 Dollar. Hier Barrel, diese ehemalige Widerstandszone fungierte hier hervorragend als Unterstützungslevel und genauso kam es dann eben auch, dass der Preis sich seither nach oben entwickelt. Und Sie sehen es jetzt schon an den Tendenzfallen hier. Man darf davon ausgehen, dass der Markt weiter nach oben zieht. Je nachdem wie die Daten eben heute aufgenommen werden, die Rohöl-Lagebestände, ist es dennoch so, dass technisch die Ausgangslage hier dafür spricht, dass der Ölpreis weiter nach oben anzieht. Und neben der technischen Ausgangssituation haben wir eben auch noch saisonal ganz klaren Rückenwind bis zum Jahreswechsel hier. Insbesondere sehr, sehr bullisches Momentum. Das sollte den Ölpreis eigentlich tendenziell hier definitiv nach oben treiben. Mitsamt der charttechnischen Ausgangslage und dem saisonalen Feedback spricht viel dafür, dass wir nach oben aufdrehen. Sollte es heute, wie auch immer geartet, eben hier newsbedingt nach unten gehen, denke ich mir, ist der Preis sehr, sehr gut geschützt im Bereich um 52 Dollar je Barrel, beziehungsweise eben hier am nunmehren Unterstützungshorizontalbereich 51,85. Viel tiefer sollte es nicht gehen. Sie sehen hier den grauen Tendenzfall, praktisch hier Plan B. Sollte das Preispaar, beziehungsweise Preispaar, was sage ich, wir sind ja nicht bei der Währung, wir sind ja beim WTI-Öl, sollte der Ölpreis hier nach unten wegkippen unter das Niveau, insbesondere hier der Kerze vom 15. Dezember. Das wären hier Tiefs unter 51,09, 51 Dollar. Also unterhalb von 51 Dollar wäre es meines Erachtens ein Stück weit kritischer. Dann könnten wir ja nochmals einen stärkeren Rückgang sehen, der hier in Richtung 48 Dollar geht. Wäre aber, wie geschildert, hier definitiv nicht mein präferiertes Szenario. Der Chart, beziehungsweise die Price Action und eben die Saisonalität sprechen hier im Grunde genommen eine klare Sprache. Was sagt aber jetzt hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar dazu? Ups, das war hier der DAX. Den schauen wir uns nachher übrigens auf dem JFD-Desktop nochmal genauer an. Aber jetzt mal zum Looney, zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar. Der hat hier, und da sehen Sie schon im Chart ein Stück weit vorgezeichnet, für charttechnische Fans hier so eine Art SKS, also obere Trendwendeformation Schulterkopf-Schulter spricht für eine Möglichkeit eines Abwärtsimpulses sozusagen ausgebildet. Und ja, gestern sahen wir Schwäche, heute sehen wir ein Stück weit Stärke, was sich auch anhand der FUZI-Vektor-Logik durchaus fortsetzen könnte. Das können wir uns gleich nochmal im Stundenschart anschauen. Aber tendenziell wirkt der Chart hier eben durchaus bärisch. Es könnte also einen Move nach unten geben. Man hat hier sogar die Möglichkeit, eine Art Abwärtstrendkanal zu skizzieren. Gefällt mir eigentlich technisch hier ganz gut und spricht eben hier für fallende Preise auch vor dem Hintergrund, dass wir konträr zum WTI-Öl hier eine Situation haben, dass die Saisonalität hier auch drückt. Von oben sozusagen den Preis auch hier bis zum Jahresende eben nach unten kegeln könnte. Und deswegen die charttechnische Einschätzung, dass der Preis hier eher nach unten wegkippen dürfte, als eben jetzt hier auftritt. Faktisch ist aber, wir wissen nicht, was die Märkte machen, gerade wie sie zu den News reagieren, gerade jetzt zur umsatzschwachen Zeit, wenn der Markt hier nach oben auftritt. Und das wäre insbesondere ein Ausbruch über das Hoch von gestern. Hier Preis über 1,3434 inklusive Bruch der Abwärtstrendlinie hätte sich hier die theoretische SKS erledigt. Und dann könnte es hier Preishochs bis zu den Novemberhochs geben, beziehungsweise Preisbewegungen bis zu diesen Levels. Das aber wäre eben hier, um mein Statement abzugeben, definitiv nicht meine Empfehlung. Wenn Sie Währungen handeln wie den US-Dollar-Cut, sollten Sie auch immer prüfen, worüber Sie handeln. Ich kann nur sagen, JFD Brokers hat eben hier die reale Preis-Action, den realen Interbankenpreis und auch hier die reale Ausführung. Prüfen Sie dies auf jeden Fall mit Ihrem Broker. Und wenn Sie wirklich Transparenz wollen, die Sie auch drehtechnisch nachverfolgen können, dann testen Sie JFD. Übrigens, den WTI-Ölpreis können Sie auch bei uns in Minikontrakten handeln. Insofern hier auch sicherlich sehr, sehr interessant. Gehen wir aber jetzt mal zum US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar in den Intraday-Chart. Da sehen wir eben hier den aktuellen Verlauf, der ja unlängst auch für einen Move nach oben sprach. Jetzt sehen wir hier eben heute eine leichte Erholungsbewegung. Und im Prinzip dessen, was ich schon sagte, dass hier ein Stück weit Contrea heute die Fuzzi-Vektor-Logik mitspielt, hat den Hintergrund, dass wir einen bullischen Bias heute haben, der hier beim US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar-Luni eben Preisniveaus in Richtung 1,34, 1,34, 1,34, 1,76 voraussieht. Das heißt, wir müssten technisch gesehen über die Hochs von gestern ausbrechen. Das könnte sogar passieren, wenn wir den heutigen Pivot-Point überschreiten auf Stundenbasis. Dann spricht durchaus einiges dafür, dass wir die gestrigen Hochs attackieren. Hier im Bereich von 1,34, 1,34 eben Schrägstrich dann sogar, Sie sehen es am Pivot-Point, sogar hier das Resistance Level 3 oder in Richtung dieses Levels ansteigen könnten. Wäre also anhand der Fuzzi-Vektor-Logik heute durchaus eine mögliche Option und würde den Tagesbias so ein Stück weit relativieren. Man darf mal gespannt sein, was passiert. Grundsätzlich sind wir auch von der Fuzzi-Vektor-Logik her hier heute an die Tiefs schon ran gelaufen. Sollte es hier sozusagen neue Tagestiefs geben, dann denke ich, hat sich auch die Fuzzi-Vektor-Logik erledigt. Aber diese spricht im Prinzip entgegen des Tagesbiases. Und insofern wird es sehr, sehr spannend sein zu beobachten, wie der Markt denn heute dann reagiert. Insbesondere eben am Nachmittag, wenn die hohen Lagerbestände kommen. Aber das präferierte Szenario aus der übergeordneten Zeitebene meines Erachtens ist eben hier der Short. Wir dürfen mal gespannt sein, wie die Kerze heute Abend dann aussieht. Werden wir gegebenenfalls auf dem JFD-Desktop nochmal aufspulen. Ich sage auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal Danke fürs Einschalten, wenn Sie mögen. Hören wir uns heute Nachmittag wieder beim JFD-Devisenradar, 15 bis 16 Uhr. Oder eben dann speziell hier auf dem JFD-Desktop nachher wieder bei der einen oder anderen Beschau. Ansonsten morgen auf jeden Fall wieder weiterer Content in Sachen Rohstoff-Devisen-Ohnehin der Forex-Markt in der Beschau hier täglich. Und insofern wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns bald wieder. Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Und insofern wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Genau. Und mit dem